Hallihallo, hier ist wieder MilzPanixY und EinfachMülzi. Jetzt geht es weiter mit Faktorio Teil 63. Die Roten kommen da rein. Ich habe heute vor, eine zweite Eisenmine aufzumachen. Das müssen wir immer brauchen. Und zwar hier unten. Hier. Die Eisenmine will ich mir noch holen. Wie ich es schon sehe, brauchen wir noch nicht mal Verteidigung. Unsere Eisenmine hier sind fast alle. Das ist nur noch ein Witz. Und die Belader will ich noch mal ausprobieren. Moment. Ja, klar. Wir müssen Schienen mitnehmen. Okay. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir als recht nicht. Doch, die kann man mitnehmen. Für später. Okay. Okay. So, wir brauchen... Wir brauchen natürlich auch wieder Munition. Stromkabel. Und ich will die Belader nochmal ausprobieren. Und zwar die da. Wie die funktionieren. Funktionieren. Kann man hier gleich was rausnehmen? Überhaupt. Hä? Hä? Also wir haben ja... Die Dinger haben wir ja rausgenommen. Und haben wir also... So. Wir brauchen noch den Belader. Brauchen wir noch ein Auto? Kann man noch nicht bauen. Aber Belader kann man bauen. Okay. Schienen brauchen wir noch ein Rädchen. Schienen Rädchen. Ich ne Koffer. Wir haben den Plattenraben auch. Okay. 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 Wir arbeiten so komisch, haben wir zu wenig Strom, ne eigentlich nicht. Wir machen. Wir machen. Wir machen. Tja, 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 Tja. haben wir ja, wir hätten es hier oben hin tun sollen ich glaube, wo haben wir denn jetzt brauchen wir noch schienen und jetzt sind wir so weit fertig ich will den reload dann nochmal ausprobieren wie das ist oh, schienen, 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 schienen waren hier unten, ne, ja wir müssen eher schienen mitnehmen es, wir müssen jetzt wieder schienen Also ich schätze mal, dass das so funktioniert wie der andere. Das Zell kommt rein. Dann haben wir noch einen Hänger gebogen. Das war's für heute. ich denke wir sind jetzt im min... wir haben noch keine Bähne oder? ok den nehmen wir dann... achten wir brauchen gerade mitnehmen ok ich schiebe mal hier einen rein ok dann... duft duft drauf brauchen wir wirklich einen Zug? ne Strom drauf? ist da Gott der schiebt alles hier rein der? bekommt das nun oder ne? Güter? hm wir holen uns nochmal eine bahn ich will das erstmal nochmal kapieren wie das Ding funktioniert wir brauchen unbedingt Eisen jetzt ist das eine Frage nicht dass ich mir das da hinten alles kaputt mache gerade ok kann man noch Kohle auch irgendwo rumliegen? ja setzen wir uns mal schnell den Bahnhof rein setzen wir uns mal schnell den Bahnhof rein ok wir brauchen noch die 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 Inhalt auslesen? Nee. Klappt nicht so wie ich will. Okay. Will nicht. Böse will nicht so wie ich will so. Okay. Strom. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Munition nehmen wir mit. Das weiß ich. So. Können wir noch mal unseren neuen Anzug bauen? Da brauchen wir die roten dafür. Ja. Können wir die roten auch hier schon mal bauen? So. Die haben wir mal kurz weg. Schaltestelle Harmonie rein. Das du mal rein. Elektronische Komponenten wählen. Okay. Das ist nicht so. Wir haben noch nichts von den Komponenten. Wir können nicht mehr die Komponenten bauen. Das ist das. Das ist das. Okay. Das weg. Das. Das. Warte. Das. 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 Weg. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch noch nicht. Okay. Das. 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 Das was fehlt jetzt hier wieder? Stahl, ok unser Brand fährt aber, oder? rasant, rasant ich hätte eigentlich nur noch eins machen brauchen, ey aber guck mal wir wir haben genug Munition da ist doch gut hm du linke Seite laufen will, zieht die linke Seite wenn der Zug wieder kommt ok probieren müssen, oh hm, ich denke ich hinsetzen hier ähm ne doch, ein paar müssen wir aufheben ein paar müssen wir aufheben so wie machen wir das jetzt, da? hier kommt er raus hier hin wir hin Dann müssen wir ja hier wieder ein Dingsbombs hinsetzen Wie macht man das jetzt am besten? Und der muss erst später kommen Da bin ich gespannt Da ist ein Waldstück hier durch Das ist scheiße, wir haben keine Roboter mehr haben Wir haben noch nicht mehr Eigentlich ist das Update ja gekommen Aber ich kann die Roboter nicht mehr bauen Ich krieg die auch nicht mehr rein In Irgendwo Ich find's auch gar nicht Obwohl die Mod installiert ist und angeblich funktioniert Wir haben noch ein Auto aber So Geht es wieder Die Modell starten Hier Die Modellstück Man kann die Modellstück Tätig Statt Statt Hmm. So. Da wird ein scheiß Weg gern noch. So. So viel Holz, ey. Ganz schön viel Holz vor der Hütte. Dann haben wir noch was vergessen. So. Dann haben wir noch eine Bahn. Dann. Hmm. Okay. Kettensignal. Hier haben wir dann auch nochmal ein Kettensignal hin. So. Der Röde dürfte jetzt nichts passieren. Hmm. Hmm. Okay. 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 So. Okay. Okay. So. So. Okay. So. 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 das war nicht voll, nur gucken ob das mit den Kettensignalen jetzt alles so klappt so die 2 Minuten sind um, die Röntgen müsste er jetzt losfahren ne warte, warte ja, das war nochmal kolder, naja jetzt hat er rot der hat rot ja, es klappt so 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 wo kommt die überhaupt, die haben die ja auch ein Nest oder so 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 Oder, oder Okay Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich glaube wir machen ein bisschen auf dem Wasser lang. Ich denke, es kommen wir gleich besser. Ich finde ich schneller. Okay. Okay. Wir haben eine Bahn. Brennstoff. Hier haben wir dann nochmal ein bisschen Stein. Das ist auch gut. Dann werden wir hier auch noch einen Weg lang bauen müssen. Für unsere Verteidigung. Fällt mir gerade so ein. Okay. 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 ich werde mal hier wieder tschüss machen mit euch und sag tschüss und bye bye euer Melzi